Einen wunderschönen guten Tag zu der kleinen Auslosung des Gewinnspiels von Freitag, den 13. Und es gibt natürlich drei Gewinner, die ich hier gerne vorstellen will. Und das machen wir auch ganz ruckzuck. Als erstes haben wir da den Sanj, der schreibt, Da ich erst seit einigen Tagen eine Nintendo Switch besitze, ist meine Spielsammlung noch sehr klein. Ich würde mich riesig über Super Mario Maker 2 freuen, da ich den ersten Teil auf der Wii U schon geliebt habe. Außerdem war es eins meiner ersten Spiele auf der Wii U, weshalb Super Mario Maker 2 eins meiner ersten Spiele auf der Switch wäre. Mit dem ersten Teil verbinde ich viele spaßige Stunden beim Bauen, alleine spielen und gemeinsam denken. Diesen Spaß würde ich gerne mit Super Mario Maker 2 verbinden, wo man auch wirklich gemeinsam spielen kann und sich nicht ständig abwechseln muss. Dazu gibt es einige neue Möglichkeiten, um tolle Level selber zu bauen. Viel Glück an alle. Sanj, herzlichen Glückwunsch, dir gehört ab sofort Super Mario Maker 2. Schreib mir bitte deine Adresse auf Twitter oder Instagram. Als nächstes Marcel B. Über Super Smash Bros. Ultimate würde ich mich super freuen. Habe bereits auf der N64 das allererste Smash zu zweit mit meinem damaligen besten Kumpel gespielt und habe dann ab der guten alten Wii-Zeit das Brawl-Spiel mit diversen Freunden auf Wii-Abenden gezockt. Meine persönliche Erkenntnis war, dass immer von vier Spielern nur drei ins Spiel konnten und einer verzweifelt ist. Aber alle immer Spaß mit dem Spiel hatten. Ich hätte so langsam echt mal wieder Lust auf diverse Runden Smash. Das wäre schon super. Viele Grüße und schöne Weihnachten. Marcel B., die gehört ab sofort. Super Smash Bros. Bitte schreibe mich an. Zu guter Letzt noch der Jacopi. Ich würde mich sehr über Link's Awakening freuen. Ich bin ein riesen Zelda-Fan und ich bin derzeit dabei, die alten Klassiker nachzuholen, die nun mal vor meiner Zeit rausgekommen sind. Ich habe erst neulich A Link to the Past gespielt und habe mich sehr darin verloren. Das wäre ein Traum-Awakening, was ja auch schon den alten Zelda-Geist heraufkommen lässt, im neuen Gewand erleben und zu genießen. Ich würde mich unbeschreiblich auf das Abenteuer freuen. Und dir gehört ab sofort Zelda. Bitte schreibt mich, wie gesagt, alle drei auf meinen Social-Media-Accounts an. Da könnt ihr euch Twitter oder Instagram aussuchen. Und ich schicke euch dann die Spiele schon die nächsten Tage raus. Viel Spaß damit. Danke für alle, die mitgemacht haben. Vielen lieben Dank für die ganzen großartigen Kommentare. Aber es können leider nur mal nur drei gewinnen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.